Hey Leute das ist ganz Höram willkommen bei WTN Germany. Tausende Zuschauer verfolgten den Trauerzug vom Buckingham Palace zur Westminster Hall. Nun wird der Sarg der verstorbenen Queen Elizabeth II dort aufgebahrt. Der Sarg der verstorbenen britischen Monarchin Queen Elizabeth II ist in London in einer feierlichen Trauerprozession vom Buckingham Palace zum britischen Parlament gebracht worden. König Charles III und seine Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Endro und Prinz Edward begleiteten den Trauerzug. Dahinter liefen Prinz William und Prinz Harry. Der Sarg wurde auf einer Lafette transportiert. Er war mit der königlichen Krone und einem Kranz geschmückt, der unter anderem aus weißen Rosen, weißen Dahlien, Kiefern aus der königlichen Residenz Balmoral und Lavendel aus dem Aufmerksamkeit von Europen und Germanen News. Dann schreibt uns auf unsere Kanal und schreibt uns auf die Beile und Like die Video und Share mit deinem Freund und Familie. Vielen Dank für die Video. Vielen Dank.